Heute ist Freitag und Freitag ist natürlich Demonstrationstag, allen voran für die Fridays for Future Bewegung und heute hat man sich als thematischen Schwerpunkt der heutigen Demonstration das Finanzministerium ausgesucht. Wir befinden uns hier in der Johannesgasse nur einen Steinwurf vom Ministerium entfernt. Man erachtet das Finanzministerium hier als Querschnittsministerium und meint, dass dem Finanzministerium eine ganz besondere Verantwortung in der Klimapolitik zugute kommt. Man fordert mehr Mittel für eine Klimapolitik, man fordert mehr Mittel für ganz besondere ausgesuchte Projekte und man fordert natürlich auch weiterhin ein wachsames Bewusstsein bei der Politik. Das Bewusstsein ist bei der Politik so gut verortet wie schon seit lange, nicht mehr nicht zuletzt, natürlich auch aufgrund der Beteiligung der Grünen Partei hier bei der neuen Bundesregierung Österreichs. Also alles voran, Fridays for Future ist gekommen, um zu bleiben. Der Zustrom, der ist vielleicht nicht mehr so groß wie noch im September des vergangenen Jahres. Da kratzte man ja beinahe an der 100.000-Menschenmarke. Gekommen sind heute vielleicht nur 40, 50, aber der Enthusiasmus, der ist nach wie vor aufrecht.